Ortsopftis. Dies nicht in München und nicht auf der Wiener Wiesn, sondern im Citygate Shopping. Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren freut sich auch heuer wieder, Citygate Shopping zum Oktoberfest einladen zu dürfen. Es wurde ein buntes Programm vorbereitet, wo Freunde von zünftiger Stimmung, Genuss und Lebensfreude hier sicher auf ihre Rechnung kommen werden. Neben Wiesn, Bier, Weißwürsten und Brezen gibt es beim Oktoberfest in Chichis Biergarten auch alle Speisen vom Lokal serviert. Auf die glänzenden Besucher wartet eine tolle Bastelstation, in der die Kinder Oktoberherzen basteln und verzieren können. Hier können die Kinder ihrer Gravität freien Lauf lassen. Und zwei echte Volksfestklassiker dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Beim Hufeisenwerfen kann jeder seine Treffsicherheit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Und wer glaubt handwerklich begabt zu sein, versenkt beim Baumstammnagel den Nagel mit einem Schlag in den Stamm. Wie viele Biergrüge können sie wohl auf einem Tablett von einem Tisch zum anderen tragen, Gleichgewicht spielen lassen und siegen beim Biergrug tragen? Um 11 Uhr findet der Ottergringer Bieranstieg statt. Der feierliche Auftakt des Frühschoppens wird mit der Segnung und dem offiziellen Anstieg durch Georg Papierbezirksversteher des 21. Bezirks und Pfarrer Klaus Kuhlen von der Pfarrer Leopoldau und Dechern des Dekanat 21 gebührend gefeiert. Das angeschlagene Fass wird während der Veranstaltung natürlich gratis an die Gäste ausgeschenkt, solange der Vorrat reicht. Und um 11.30 Uhr ist es dann soweit, die Edelsäer live. Echte Stimmung beim Frühschoppen mit den Stars der Volksmusik, die zur Regel der erfolgreichsten und beliebtesten volkstümlichen Formationen zählen. Zahlreiche Gold- und Platinschalkbraten bezeugen dies. Die Edelsäer, die seit jeher es geschafft haben, Tradition und Moderne perfekt unter einen Hut zu bringen, spielen bekannte Hits und neue Lieder. Und lassen das Citygate Shopping schaukeln. Für echte Fans gibt es dann im Anschluss die Chance, die Edelsäer hautnah zu treffen und das eine oder andere Autogramm zu bekommen. Übrigens die aktuelle CD gibt es bei Libro im Citygate Shopping. Beim Bierkrug-Stämmen kann man sagen, jahrelanges Biertrinken zahlt sich aus. Wer das volle Maß Bier am längsten mit dem ausgestreckten Arm halten kann, gewinnt 100 Euro im Citygate Shopping Cards. Jeweils für den Gewinner des Damen- und des Herrenbewerbes. Bereits Tradition hat auch der Trachtenwettbewerb. Per Publikumsvoting wird das schönste Trachtenkostüm gekrönt. Und die Gewinner der Damen- und der Herrenwertung erhalten jeweils Citygate Shopping Cards im Wert von 100 Euro. Ja und es macht doch Vorteil im Dirndl oder in der Lederhose zu erscheinen, denn alle die in Tracht erscheinen, erhalten ein gratis Seitelbier, solange der Vorrat reicht. Ein Oktoberfest in Tracht macht doch viel mehr Spaß. Und ganz speziell, liebe Damen und Herren, die wir hier sind. Und ich sehne, wie die honoriert. Aber das ist wohl so, dass wir nicht so machen.